gibt es immer wieder so wir sind jetzt fast in australien in brisbane angekommen meine lieben und da sieht man leider nichts beim flieger geht schon richtig ab ich hatte mit dem letzten video 60.000 dies gesehen haben von einer stunde wie sieht es bei dir aus also jetzt wo du drauf bist auch michael wird das glaube ich massiv steigen auch bei mir ich brauche unbedingt noch ein paar österreichische fernst du sagst du noch was meine österreichischen freunde ja also wir werden ganz gut alle aufeinander aufpassen das schafft es schon der nächste österreichische beitrag also wir sind ja die ösi-fraktion und begrüßen euch jetzt bald aus brisbane ich glaube ich bin der ruhig sein könnt ihr ruhig sein wir wollen hinten in der konne mit unserer ruhe haben wir seid so hintergang und wir seid so niedergang denn ich sag euch was wir sitzen da hinten der längste scheiße und ihr macht party sehr geil also ihr seht es geht richtig ab da im flieger kurz vor brisbane also ihr seht es geht richtig ab da im flieger kurz vor brisbane bis zu Vielen Dank.